Wie seht ihr denn zwar so kotzen? So spielt ihr jetzt hier zu fünft, äh zu dritt? Warum? Wie komm ich jetzt zu einem dritten Spieler? Wer ist denn der Dani? Die... Den kenn ich gar nicht, den müssen... Ach so, wir haben da nicht einen, äh, um die Spahnzeit zu überbrücken. Also ab bald hin, geil. Das ist das Anverstecker. Ist das ein Schnäufer? Ja... 10-mellige Waffen. So geil. Boah. Seht nicht mehr Waffe, so geil. Scheiße. Schlimm schimm. Boah. Na ja, die den man mindestens so Minuten lang halten, geil? Ja, ja. Ah, ja. Da wo... Warte mal, wir sind jetzt mit der Bazooka gespawnt, gell? Ja. Fuck. Schicks, bisschen lang wichst oder so? Nein, nur... Ja, der hat auch noch ein Bazooka für den Wechsel. Warte mal, wer hat das nicht vorgeschlagen? Rein! Rein halb schneller! Rein eigentlich als ähm... Ja, langsamer. Ja? Langsamer. Ja, als Menschenrein langsamer. Und alles? Als Menschenrein langsamer. Ja, als... als Ball. Ach so, als Ballträger. Als Ball. Was war ruhig zu sehen, ist es schnurig. You were stucked by... Stucked. Schon wieder vorstück. Oder ist er? Aufzug und stopp. Und jetzt stopp. Aber und stopp. You were beat down by... Nice. Nice. Was, ich bin nicht... Ja, ja. Ist doch nicht jemand. Aua, schon jetzt. Stuck. Die Vedo ist... Geht auf. Sauber. Wuuu. Geil, eben du. Zu gut dabei mit meinem Arsenal. Sinds du Angst? Boah. So kann ich noch links. Links. Ja, ich hab doch gleich links geschaut diesmal. Das ist ein Schmarrn, dass der... Dass der Vorten-Rodine gar nicht so entspannt hat. Ja, das ist ein Schmarrn, das ist halt schwer. Das kann ich jetzt zeigen, oder? Boah. Was? Ich bin gefuckert, oder? Ich hab... 2... Ich glaub ich... Ich hab'n Stück, ja? Ich hab'n Stück. Ja, nimm halt dann den fucking Ball, weißt du? Wenn du ihn mal nehmen willst, dann warten wir vorher. Boah. Wenn du willst treffen willst, dann warten wir noch weiter vorher. Ja, das ist ein Schmarrn. Das ist ein Schmarrn mit dem Arsch. Ach, wie es im Arsch? Ich hab'n jetzt grad mit einem Schwert einmal vorbeigehen und wollte ichs von mir. Weil eigentlich spielt die echt die ganze Zeit mit zwei Kontrolle. Ist ich da da bloß Räner gucken oder bloß Schößen? Eigentlich bloß Räner. Ja, ich seh die nicht von mir. Sieht man mich so stark? Ja. Anscheinend schrecken auch. Hey, der Typ wird dort den ganzen Tag nicht gesponnt, oder? Ich weiß nicht. Okay, das zur Regel macht mich nicht. Das wird nur zu toll. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Oh, take it. Hey, Mann, ich muss nur den Raketen. Schlechts Waffen zettest. Ist doch das weg, oder? Nein, hinter dir hinter dir. Hahahaha. Ja, ich bin gegenüber. Ja, mach mal ein bisschen hin, du. Die geile Kumpel. Okay, vorne links. Ich hab dir da gesagt, ich brauche Handicapen. So, jetzt freie ich schon mal B.A. Ja, ok, eigentlich geht das so recht schön, man ist so... So, wir haben einen. Ja, klar. Ja, wenn nicht um einander wäre ein blöder, der Daimler. Da drüben steht er. Der wurde von einem anderen. Ich hab ihn gerade gebeten. 30 Sekunden, um zu gewinnen. Sehr gut. Und ich... Ich hab einen Schwerpunkt. Hä? Wow, zwei Arer, hast du einen Rocket Launcher gehabt? Ja. Ja, warum schälst du dir? Ja, ich wollte schäßen, aber ich weiß nicht mehr. Du bist doch falsch. Irgendwie scheint es so, dass es wirklich gewollt ist. Hey, yeah, das find ich geil. Jetzt freie ich noch, der Auflade-Ding. Da gibt's noch nicht. Hey, der ist... So, die normalen, äh... Die, äh... Die, äh... Die, äh... Wer kann jetzt... Wer weiß auch nicht. Äh... Vor uns. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ich wollte er von mir jetzt. Ich weiß nicht, ich wollte er von mir jetzt. Wurz dich wüxt? Oh. Ich komm doch jetzt hin zum Stück. Oh. Hast du? Ja, ja, ich hab den. Und... Ich glaub, ich hab den. 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 Ich bin mit dabei, ja. Warte, aber 6 Sekunden. Super, ein Ballcamper! Gibt's da sowas? Ah, nicht Stuckenglaue! Schmeiß, ja! Stuck! Stuck! Stuck, Stuck! Wie lange geht der? Hey! Hast du? Ah, nur 5 Sekunden! Vielleicht hast du das nächste Mal wieder! Auch Schmerz! Wenn man das noch macht, dann kommen wir wieder zu! Das ist geil! Das sag ich auch! Hey, das machen wir beim nächsten Slayer auch! Ja! Hey, da oben wir das auch! Das ist nicht wirklich cool! Ich kann... Schwert noch! Chö! Hör den da rein! Ich brauche so lange zu einen Wollsbohr! Hey, das mit zufälligen Waffen... Das ist Gas doch! Ja, das ist Gas nicht von da... Es ist nicht möglich, dass es da rein oder oft etwas hocker gibt. Was? Man soll euch meinen, dass die Wahrscheinlichkeit für jede Waffe mehr groß ist. Ich glaube, das wahrscheinlicher ist, dass es gut gemacht wird. 5 Sekunden mehr. Ja stimmt. Die hab ich noch nie gekriegt am Anfang. Ich schon. Ja, ich merk's. So ein Mugler ist doch geil. Ich mach den. Da ist sie nicht mehr. Überleben. Schwert noch. Ja, nein. Du musst jetzt einmal vorbei gehen. Die haben jetzt Ball ins Schwert. Aber jetzt müssen wir kurz noch tun. Jawohl, mein Land. Das ist schon in Letzinger-Stunden-Bahn. Da hab ich echt 3 Minuten gemacht. Das ist geil. Znub? Kommt rüber her. Ja. Heile Griech. Ich mein, nur die Schüler. Ich tue, komm ich schon. Hinter mir ist einer. Da war der Stuck da. Sag mal den anderen, der spricht. Außer der ist eigentlich schwieriger mit 3. Das ist ja geil. Der hat sie sich noch nie gemacht. Das ist eigentlich schönes. Na, David. Das muss auch noch einer. Ja, oder war der dabei? Ja. 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 Ich hab' ich die. Du wirst. Das ist ein Wasser-Bahn-Di. Aua. 10 seconds. Okay. Ihr werdet mich niemals. Ja. Wurde eine Miete gebieten. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, oh nein. Nein. Warte mal, dass ich gut, oder? Ja. Schade. Boah. Boah. Ahja. Das ist dein geiles Baupunkt. Ich heile dir zur Hilfe. Nein. Ich bin über den Ballträger vor. So, du Assi. Komm mal her. Erst werde ich dich stocken. Du werde dich stocken und dann werde ich dich tot schießen. Und dann mache ich ein Tappel. Ich hab' kein Schild mehr. Jeep. Ich hab' kein Schild mehr. Das ist geil. Blöd und hingestellt. Jetzt sind wir hier wieder gescheit. So will ich es nicht gescheit. So will ich es nicht gescheit.